eine wand haben sie nicht verstärken konnte ich noch ausschießen die haben wir gekäst mit dem scheiß traust du mich da oben? warte mal die valkyrie ist im weed raum glaube ich oder rein gerannt weil der castle gerade zugemacht hatte ich bin jetzt erst mal hier unten drin ich habe valkyrie schönes blutbad weiß jemand noch wo jemand ist? ne ich habe v103 jetzt geholt aber ich guck mal das ist ein weed raum ein weed raum des caveira jup, hab sie jawoll alter so, wo ist der andere wichse oh, ufa la äh, treppe zu tanke ich uns den behälter sicher und da ist mein ace sehr schön